Yo Leute, ich bin's wieder, es ist RealPay und es ist heute mal wieder der Samsvlog und auch mal ein bisschen kurz gehalten, heute mal, weil ich möchte eigentlich nur eine Sache sagen, und zwar eröffnet in den nächsten Tagen ein Minecraft Projekt, das ich mit dem Lucadora hochgezogen habe, haben wir uns einen netten Rootserver gegönnt, 6 GB RAM und solche Sachen erwarten recht großen Useransturm und wenn er online ist, kann ich ja mal den Link in die Beschreibung packen, wo er natürlich noch nicht, weil er ist ja noch nicht fest online, also er ist zwar schon online, aber es sollte noch keiner drauf und das wollte ich eigentlich nur mal sagen, eigentlich wollte ich ja keine Minecraft Projekte mehr an sich machen, ich war gerade auf dem Mikrofon eben, mir aufgefallen, sorry dafür, eigentlich wollte ich ja keine Minecraft Projekte mehr machen, aber ja, ich hab mir einfach so gesagt, okay, ich hab immer wieder Bock auf Minecraft, davon wird es aber auch kein Let's Play oder so geben, vielleicht mal eine Servervorstellung oder sowas, aber mehr auch nicht, also das ist mehr so ein eigenständiges Projekt, das heißt Maniac Craft und ja, könnt ihr ja demnächst mal vorbeischauen, wenn ihr Lust habt, ist demnächst online und ich filme jetzt die ganze Zeit einfach nur den Monitor, weil ich es einfach kann und ja, ich jetzt wahrscheinlich sowieso gleich ins Bett gehe. Ich werde mir jetzt schon noch eine Folge Breaking Bad oder sowas angucken und dann ja, ist Ende, ne? Das wollte ich eigentlich nochmal sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Freivlog, haut rein, bis zum nächsten Mal, euer ThrealPay, ciao! 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 Ciao!